Gut. Also, Herr Landhaler, Sie hören mich. Jawohl. Dann übergebe ich Ihnen das Mikrofon. Vielen Dank. Wunderbar. Dann probieren wir jetzt erstmal auf meinen Bildschirm zu kommen, nicht wahr? So, ist zu sehen, nicht? Mhm. Wunderbar. Ja, dann auch guten Tag von meiner Seite. Ich bin Jörg Landhaler, wie Herr DT mich ja schon gerade sehr freundlich eingeführt hat. Ich promoviere an der TU München, bin da jetzt sozusagen auch schon tendiere dem Ende entgegen und habe mich sehr viel mit bei den Bennings beschäftigt, was das ist und was man nicht machen kann. Werde ich dann eben vorstellen. Und unsere Gruppe hier am Lehrstuhl für betriebliche Informationssysteme an der TU München beschäftigt sich eigentlich schon seit bald fünf Jahren jetzt mit Legal Tech-Themen und von daher dürften wir da durchaus mittlerweile schon bekannt sein. Aber vielleicht noch kurz zu mir. Ich habe also einen Informatiker-Hintergrund, habe hier alles Informatik studiert an der TU München und eben jetzt seit 2015 bin ich eben Doktorand bei Professor Florian Mattes und meine Spezialgebiete sind eben Legal Tech, insbesondere Legal Information Retrieval, Machine Learning und ganz speziell natürlich Word Embeddings. Und wenn Sie meine Publikationen einsehen wollen etc., dann finden Sie auch noch mehr Informationen auf dem Link, der hier dargestellt ist oder einfach über die Webseite einsteigen und unter Team nach meinem Namen suchen. Genau. Dann, worum soll es heute gehen? Also es soll um Legal Information Retrieval gehen. Das ist, also juristische Suche ist ja eine Kernkompetenz von Juristen. Sie verbringen sehr viel Zeit mit Suche. Oft so zwischen 20 und 40 Prozent ihrer Wochenarbeitszeit. Das sage auch nicht nur ich und wir haben das so gemessen. Das sagen auch andere Forschungen in dem Bereich. Das ist also ein sehr wichtiges Thema und Legal Information Retrieval ist sozusagen die technische Unterstützung für die juristische Suche. Danach möchte ich mal etwas Neues ausprobieren. Eine neue Art und Weise Word Embeddings vorzustellen, die ich so noch nie probiert habe. Ich hoffe, das klappt einigermaßen und verliere sie da nicht dabei. Genau. Dazu werde ich kurz vorstellen, was neuronale Netzwerke sind und dann eben speziell, wie man zu Word Embeddings kommt. Und dann schauen wir uns noch zwei Anwendungen an. Einmal, um Tesaugi zu erweitern und zum anderen als alternative Textrepräsentierung zu traditionellen Textrepräsentierung, eben speziell für die juristische Suche. Genau. Dann fangen wir mal nochmal an mit Legal Information Retrieval. Also die juristische Suche. Und die ist ja jetzt sehr speziell im Gegensatz zur allgemeiner Suche. Das hat mehrere Gründe und da gab es ein sehr schönes Paper, also ich motiviere das Ganze sozusagen auch nochmal durch Aussagen, die andere getroffen haben, nicht nur Aussagen, die ich treffe. Zum Beispiel gab es ein sehr schönes Journal Paper im AI Law Journal von Van Opien in Santos und die haben mehrere Gründe herausgearbeitet, warum juristische Suche eben sehr speziell ist. Zum Beispiel, weil die Dokumente sehr oft sehr groß sind. Also wenn Sie so ein gesamtes Gesetz nehmen, dann haben Sie da viele, viele Seiten. Oder wenn Sie einen Kommentar hernehmen, das sind gerne auch mal 4000 Seiten. Das ist also etwas anders, als wie man es jetzt in anderen Bereichen hat, wie wenn man jetzt irgendwelche Twitter-Kurznachrichten sucht zum Beispiel, wo ja sehr viel Machine Learning auch drauf gemacht wird. Es ist auch die Anzahl an Dokumenten, also es gibt mittlerweile eine sehr große Anzahl an Text. Text ist ja auch das Hauptwerkzeug von Juristen und der Bestand wächst auch permanent. Dann auch die Struktur von den Dokumenten ist sehr besonders, weil sie in sich nochmal sehr stark strukturiert sind, meistens hierarchisch. Also ein Kommentar ist in Kapitel untergliedert, die wiederum in Abschnitte untergliedert sind. Gegebenenfalls haben die dann noch, jeder einzelne Abschnitt hat nochmal eine Nummer. Es gibt noch weite Gründe. Es gibt sehr unterschiedliche Dokumenttypen, die da relevant sein können. Also zum Beispiel Gesetze, Urteile, Kommentare, Patente. Also da gibt es auf der englischen Wikipedia eine Liste mit über 100 Dokumenttypen, nur für juristische Dokumentarten. Auch die Zuhörerschaft kann sehr unterschiedlich sein. Also das können sein, dass es Richter sind, es kann sein, dass es Anwälte sind. Auch Gesetzgeber ist möglicherweise interessierter dran. Aber selbst die Bürger bei AGBs zum Beispiel, was jetzt einseitige Verträge sind, sollten eigentlich solche Sachen, auch denen sollte man so etwas zugänglich machen. Es gibt also sehr unterschiedliche Personen, die juristische Suche vornehmen. Wobei wir uns hier jetzt schon sehr speziell auf die Anwaltschaft und die Profis, sage ich jetzt mal, konzentrieren. Auch die Sprache in juristischen Dokumenten ist sehr speziell. Sie ist meistens von sehr hoher Qualität. Zum anderen gibt es aber auch einen Satz aus diesem Paper, wo sie sagen, they use definitions that are vague and precise at the same time. Wenn wir da zum Beispiel an den unbestimmten Rechtsbegriff denken, angemessene Wartezeit, dann ist zwar der Begriff als solches schon sehr wohl definiert. Wie der dann aber auszulegen ist, ist eben nicht von vornherein definiert, sondern muss eben, ist Teil der Subsumption. Und es gibt noch viele weitere Gründe. Also zum Beispiel die ganzen Zitationen werden sehr viel verwendet, Zitationsketten, von wann bis wann Dokumente gültig sind, kann noch eine Relevanz haben. Dann auch, dass die juristische Domäne sehr oft hierarchisch organisiert ist. Denken wir mal an die Instanzen von Gerichten. Dann auch bei Verträgen hat man ganz oft personenbezogene Daten drin. Da muss man auch nochmal ganz speziell damit umgehen. Und gerade in der EU haben wir eine Gesetzgebung, die auch noch mehrsprachig ist. Es gibt also ganz viele Herausforderungen, die sehr speziell für die juristische Suche sind. Und wir picken uns jetzt hier sozusagen die Legal Terminology raus. Und zwar insbesondere, um möglichst viele relevante Dokumente zu finden. Und Sprache benutzt eben sehr oft auch Synonyme. Geht es bei mir jetzt hier hauptsächlich darum, Synonyme zu finden oder eben Dokumente, die ähnlich formuliert sind, aber nicht exakt gleich von Wortlaut her. Genau. Dann kommen jetzt sozusagen zum Teil neuronale Netzwerke. Und es geht jetzt mir darum, eine Intuition zu vermitteln, was das ist. Und nicht so sehr, ich werde jetzt keine mathematischen Formeln oder dergleichen zeigen, sondern vielmehr einfach nur einen Eindruck, worum es da geht. Und dann vielleicht noch zu dem Thema Word Embeddings. Also warum sollte man sich überhaupt damit beschäftigen? Nun, es gab ein spezielles Paper 2013 von einem Herrn Mikorloch. Und der hat damals eine sehr effiziente Methode vorgestellt, wie man so etwas berechnen kann. Es ist also nicht so, dass das das erste Paper zu dem Thema war. Die Historie geht eigentlich sogar schon viel weiter zurück, bis in die 80er oder 50er, je nachdem. Aber dieses spezielle Paper hat eben zu einer sehr großen Adaption in der akademischen Welt geführt. Also es gibt innerhalb von jetzt gut vier, fünf Jahren bald über 10.000 andere Publikationen, die dieses Paper zitieren und diese Technologie verwenden oder zumindest darauf eingehen. Das ist schon etwas speziell. Also es ist selten, dass Paper so viel zitiert werden in so kurzer Zeit. Und ja, die Adaptionsrate in der Wissenschaft ist extrem stark. Wohingegen in der Praxis ist es, glaube ich, noch nicht so stark. Warum, werden wir vielleicht auch noch ein bisschen sehen. Und was sehr relevant sein könnte für sie, ist auch noch, dass diese Algorithmen als Open Source verfügbar sind. Also das heißt, da kann jeder sofort damit anfangen und rumspielen und das auch einsetzen. Jetzt aber zu den neuronalen Netzwerken. Und ich fange jetzt erstmal mit den klassischen Bildern an, wo ja neuronalen Netzwerke besonders stark sind. Damit sie jetzt aber solche Daten wie Bilder oder auch Text dann nachher im Computer verarbeiten können, müssen sie sie quantisieren, nennt man das. Also sie haben ja sozusagen nur eine beschränkte Menge an Speicher. Und deswegen, wenn sie so eine Kamera aufnehmen, spricht man ganz oft von der Pixelanzahl, Megapixel, wie viele die ein Bild haben kann, wenn man mit der Kamera dieses Bild aufnimmt. Und das heißt eben, das sind lauter ganz kleine Pünktchen, wo der Farbwert sozusagen gespeichert wird. Wir Menschen, unser Auge blendet das dann aus und zieht ein Bild. Aber damit sie im Computer verarbeitet werden kann, muss es eben in solche einzelnen Pixel aufgetrennt werden, die wiederum Werte haben. Und ein Farbbild braucht noch ein paar mehr Informationen, aber der Einfachheit halber nehmen wir jetzt mal an, wir nehmen ein Graubild. Dann hat jedes dieser Pixel einen Wert zwischen 0 und 255, wohingegen, also 0 wäre dann zum Beispiel ganz schwarz und 255 ganz weiß oder umgekehrt. Und wie sieht jetzt so ein neuronales Netzwerk aus? Also üblicherweise sieht man dann so etwas Ähnliches wie diese Grafik hier. Und fangen wir vielleicht mal an den Enden an. Also wir geben so ein Bild rein und am Ende kommt zum Beispiel ein Label raus. Also das könnte sein, dass es sich auf dem Objekt in diesem Bild hier um ein Auto handelt oder um eine Katze. Und das heißt, sie geben diese Pixel in dieses Gebilde hinein und am Ende kommt ein, ich sage mal, Wahrscheinlichkeitswert, also ein Wert zwischen 0 und 1 raus. Und sie nehmen dann den größten Wert, der am nähersten bei der 1 ist und sagen, diese Klasse wird es dann wahrscheinlich sein. Und wie passiert das? Was passiert dazwischen drin? Also sie können sich vielleicht so vorstellen, dass sie da lauter so kleine Schieber haben. Und die können sich so sich vorstellen wie so ein Potentiometer. Ja, also ein Potentiometer steuert, wie viel Strom am Ende, also es kommt voller Strom rein und am Ende wird dann sozusagen ein gewisser Prozentsatz dieses Stroms wieder ausgegeben aus dem Potentiometer und sie können durch den Schieberegler steuern, wie viel Strom hinten rauskommt. Und dadurch wird sozusagen das Ergebnis auf die eine oder die andere Klasse, also Katze oder Auto, umgeleitet. Und offensichtlich ist jetzt Auto für dieses Bild die falsche Klasse. Und wie könnten wir das jetzt ändern? Nun, der Trick ist jetzt sozusagen, sie können die Richtung, in der die Information fließt, umdrehen und sozusagen sagen, hey du, neuronales Netzwerk, das ist hier aber ein Bild, was eine Katze zeigt. Und dann werden sozusagen diese Potentiometer etwas verändert. Der Unterschied zum Bild Potentiometer ist allerdings, dass bei einem Potentiometer müsste normalerweise ein Mensch dran drehen und das kann jetzt hier eben automatisch passieren. Und das passiert durch einen Algorithmus, der heißt Error Backpropagation. Im Grunde genommen basiert der auf Ableitungen, für denen es mathematisch interessiert. Aber die Intuition ist, dass sozusagen diese Schieberegler angepasst werden können. Und diesen Vorgang, den wiederhole ich jetzt ganz, ganz oft. Und dann habe ich jetzt hier also sozusagen veränderte Gewichte, also solche Schieberegler. Und ich gebe ein Bild mit einer Katze rein und am Ende kommt dann hoffentlich auch das korrekte Label raus. Und jetzt habe ich sie sozusagen etwas aufs Glatteis geführt, weil das gar nicht die ganz korrekte Intuition ist. Die Gewichte sind nämlich nicht in diesen Elementen in der Mitte gewesen, wo Potentiometer stand, sondern die befinden sich auf diesen Kanten. Das werden also sehr viel mehr Gewichte. Deswegen habe ich das nicht gleich von vornherein so gezeigt. Und da sehen Sie sozusagen schon ein Problem mit Neuronine-Netzwerken. Wenn Sie jetzt sehr, sehr viele solche kleine Gewichte, Potentiometer haben, wird es halt schon sehr schwierig, das nachzuvollziehen, was denn da jetzt genau passiert in einem bestimmten Fall. Also auch hierfür gibt es dann Lösungsansätze, die aber, sagen wir mal, gut und interessant sind, auch Gegenstand der Forschung, aber noch nicht bis zum Ende durchgehend erfolgreich sind, sage ich mal. Gut, dann bleibt jetzt sozusagen die Frage, da wo hier im Gelb Hidden Layer, was passiert denn jetzt da in diesen Kreisen? Und das ist folgendermaßen, also da wird nochmal aufsummiert, wenn wir einen von diesen gelben Kreisen hernehmen, dann werden einfach alle Kanten, die zu diesem gelben Kreis führen, aufsummiert, deswegen das Summationszeichen, und dann durch eine Funktion geleitet. Das ist dann so ein bisschen die Analogie zu dem, wie man Neuronen im Gehirn motiviert, die haben ja auch sozusagen die Feuern, da gibt es also ein Ja oder Nein Output, Strom liegt an oder Strom liegt nicht an. Und genau diese Funktionalität übernimmt diese Funktion, nennt man auch Aktivierungsfunktionen, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Das spielt aber jetzt gar keine Rolle. Es geht ja nur um die Intuition, dass hier sozusagen solche kleine Schieberegler, Potentiometer da sind, und die können sozusagen automatisch angepasst werden. Und dann kommen wir jetzt sozusagen so langsam in Richtung Word Embeddings, da geht es ja um Text. Und die Frage ist, wie repräsentiere ich jetzt Text in Computern? Also klassischerweise würden Sie das character-based machen, das heißt, Sie haben ein Alphabet, und für jedes dieser Alphabet gibt es eine Binärfolge, die ist eindeutig zugewiesen. Das hat einen großen Vorteil. Sie können große Textmengen damit sehr speichereffizient abspeichern, hat aber auch andere Nachteile, zum Beispiel, dass die Semantik, also die Bedeutung der Wörter, jetzt sage ich schon der Wörter, die Bedeutung von Texten liegt eben nicht auf den, notwendigerweise so viel auf den einzelnen Buchstaben, sondern vielmehr in Wörtern. Und deswegen die meisten Suchmaschinen, die Sie so kennen, zum Beispiel auch bei Verlagen, die Online-Datenbanken zur Verfügung stellen, Fachdatenbanken, speichern die Texte eben als Wörter. Die nennt man dann eben im Spezialbegriff auch Tokens, eben eine tokenbasierte Repräsentierung. Und die werden wir jetzt auch brauchen für die Word Embeddings. Also was sind Word Embeddings? Wir nehmen jetzt wieder unser, irgendwie ein neuronales Netzwerk und machen was ganz Verrücktes damit. Und zwar nehmen wir als Input immer ein Wort und als Output oder als Klasse, die wir sozusagen diesem Wort zuweisen wollen, immer das Folgewort. Dazu brauchen Sie so eine token-based Repräsentierung und zwar sowohl als Ein-Input als auch als Output. Diese Eins, also diese, das wird sozusagen als Vektoren gespeichert, stehen immer dafür, dass es ein bestimmtes Wort im Vokabular ist, muss also im Vorfeld auch ein Vokabular zu einem Korpus aufbauen. Und in dem Fall jetzt hier nehmen wir den Text Peter learns to read fast und wir geben also ein das Wort Peter und als Ausgabe soll dann learns sein. Die Eins ist übrigens an der falschen Stelle, die müsste da sein, wo auf Rot die Null ist. Und das machen wir sukzessive für den gesamten Korpus an Text, den wir haben. Also als nächstes wäre sozusagen das Eingabewort learns und das Label, das es bekommen soll, wäre to. Und das machen wir jetzt einfach ein paar Mal. Und dann am Ende gucken wir uns wieder die Gewichte an. In dem Fall die Gewichte, die von dem Hidden Layer zu dem Ausgabewort gehen. und das sind ja alles einfach nur irgendwelche Zahlen und also mathematisch gesprochen ein Vektor, jetzt wird es doch ein bisschen mathematisch. Und die sollen dann dieses Wort repräsentieren. Und das können wir uns auch noch ganz kurz anschauen. Da gibt es eine schöne Visualisierung, also jetzt nicht von mir. Aber jetzt finde ich es nicht. Doch, hier. Sieht man das? Ich hoffe, man sieht es. Genau. Jetzt nehme ich noch hier diese Beispielwörter. Gebe die hier ein. Und jetzt sehen Sie sozusagen, wie dieser Algorithmus das durchspielt. und wenn man etwas weiter runter scrollt, sieht man auch noch eine Darstellung in zwei Dimensionen rechts unten und sieht, wie sich das hier sozusagen ein bisschen verändert. Das heißt, das Netzwerk lernt etwas. Und zwar lernt es, welche Wörter häufig im selben Kontext vorkommen, welche häufig zusammen vorkommen. Und dann nehmen wir jetzt hier mal eins von diesen Presets mit ein paar mehr Trainingsdaten und lassen das hundertmal durchlaufen. Wir sehen, wie sich hier sozusagen die Vektoren verändern. Und wenn man jetzt genau hinschaut, sieht man, dass hier unten sozusagen alles zum Thema Essen gelandet ist und hier oben ist alles zum Thema Trinken gelandet. Und das ist eben dann eine der sehr schönen Eigenschaften von Word Embeddings, die man dann eben versuchen kann auszunutzen. Genau das wollen wir uns jetzt eben auch anschauen. Wie gesagt, das sind Vektoren, die diese Wörter repräsentieren und zwischen Vektoren kann ich einen Winkel ausrechnen. Und wenn man das eben über dieses neuronale Netzwerk antrainiert, tendieren diese Vektoren da dazu, dass Wörter, die von Menschen als Synonyme wahrgenommen werden, wie zum Beispiel Obligation und Duty, einen sehr kleinen Winkel haben, im Vergleich zu anderen Wörtern, wie zum Beispiel dem Wort Freiheit hier. Und Sie können es ja vielleicht schon erahnen, ein Thesaurus beinhaltet also üblicherweise Synonyme. Und man kann also versuchen, Synonyme damit zu finden. Oder in dem Fall zu einem bereits vorhandenen Thesaurus neue Synonyme zu den Synonymen Gruppen zu finden. Da hatten wir ein Projekt zusammen mit der DATEV-EG. Hier hatten wir einen sehr schönen großen Korpus, ein Gigabyte Text zum Thema Steuerrecht. Und obendrein auch schon wird dazu ein Thesaurus gepflegt. Und der beinhaltet auch schon relativ viele Wörter, also 36.000 Synonyme. Also einzelne Wörter. Und wir wollten wissen, ob wir dazu noch mehr finden können. Jetzt schauen wir uns nochmal hier dieses neuronale Netzwerk an. Ich hatte es ja jetzt so vorgestellt, dass immer ein Wort als Nachfolger gelernt wird. Sie können das aber natürlich auch erweitern, indem Sie zum Beispiel ein Wort nehmen und die zwei Wörter außenrum als Kontext trainieren. Das soll sozusagen zu dem aktuellen Wort, der Kontext von vier anderen Wörtern drumherum vorhergesagt werden. Und Sie wandern so über den Korpus. Oder umgekehrt, Sie nehmen vier Wörter und versuchen das Wort in der Mitte vorherzusagen. Deswegen gibt es da auch nochmal zwei Modelle. Das eine heißt CBO, also Continuous Bag of Words. Und das andere heißt Skipgram. Wir werden jetzt dann das CBO-Modell verwenden. Und dieser Algorithmus kommt aber auch mit relativ vielen Parametern. Also wie groß soll die Größe der Vektoren sein? Die kann man frei wählen, indem man auswählt, wie viele Elemente, Neuronen man in dem Hidden Layer hat. Das kann man frei wählen. Wie groß die Kontextgröße sein soll, die berücksichtigt wird? Welches Modell? Wie oft Sie über den Korpus drüber iterieren? Und da hatten wir also sozusagen zuerst einmal Parameterstudien gemacht. Und festgestellt, dass die Fenstergröße, also wie groß ist da, wie viele Wörter im Kontext berücksichtigt werden, zwar ein bisschen Ausnahme hat für sehr kleine Werte, aber dann relativ stabil ist. Also die Grafiken müssen Sie so lesen. Es ist der durchschnittliche Ranking, also der durchschnittliche Abstand zwischen zwei Synonymen, wo wir schon wissen aus dem Thesaurus, was das Synonyme sind. Und auch die Anzahl der Iterationen pendelt sich dann irgendwo so ein, so ab 15, 20 Iterationen. Das hängt aber von dem speziellen Korpus hier ab. Also wenn Sie einen größeren Korpus haben, brauchen Sie vielleicht auch nur weniger Iterationen. Und so müssen Sie halt an den Parametern rumspielen, um sozusagen qualitativ hochwertige Vektoren herauszubekommen. Dazu kann so ein gegebener Thesaurus schon sehr sinnvoll sein. Und jetzt muss ich nochmal kurz weiter ausholen zur Technologie. Es gibt auch noch eine Nachfolgetechnologie, die heißt Fast Text. Und die funktioniert im Prinzip fast genauso, nur, dass die Wörter nochmal aufgesplittet werden in ihre Character N-Grams. Also entweder zwei Grams oder drei Grams. Also auch das sind Parameter, aber das ist sozusagen die Voreinstellung. Und es ist sozusagen simuliert, wie wenn man nochmal nach Silben auftrennt. Und ich trainiere dann für die Silben-Embeddings. Und bekomme dann wieder Word-Embeddings, indem ich alle Silben-Embeddings aufaddiere. Und wir haben diese beiden Technologien für den gegebenen Thesaurus sozusagen mal ausprobiert. Und dazu haben wir den Thesaurus aufgesplittet und natürlich auch dieses Pre-Processing vorgenommen. Sie müssen da mehrere Sachen machen. Also zum Beispiel Lower Casing. Was machen Sie denn jetzt, wenn ein Wort aus zwei Wörtern besteht, also ein Begriff aus zwei Wörtern besteht, mit einem Leerzeichen. In dem Fall wurden die dann mit einem Underscore ersetzt, also mit einem Zeichen, das sie zu einem Wort wieder zusammenfügt. Und wie Sie sehen, wenn man das jetzt mit dem gegebenen Thesaurus evaluiert, dann sieht es so aus, als ob die Word-To-Back-Technologie etwas schlechter Ergebnisse liefert als die Fast-Text-Technologie. Also das ist eine Precision-Recall-Curve. Das heißt, Sie wollen ja sozusagen, dass im Ergebnis viele richtige Ergebnisse dabei sind. Sie wollen aber auch alle richtigen im Korpus finden. Und das spiegelt diese beiden Achsen wieder. Das heißt, ein Wert oben rechts, also je mehr weiter oben rechts die Linie verläuft, umso besser wäre es. Deswegen Fast-Text sieht so aus, als ob es besser performt. Und Glovie, das ist sozusagen auch noch eine Technologie, die so ähnlich ist, die auch Word-Embeddings liefert, die aber, also wie ja schon eingangs auch erwähnte, die Technologie gibt es schon, oder die Idee für solche Technologien gibt es schon sehr, sehr lange. Und tatsächlich die distributionelle Hypothese von Harris war 1954. Die hatten das damals schon händisch evaluiert und herausgefunden, dass Wörter, die häufig im selben Kontext auftreten, von Menschen häufig als Synonyme wahrgenommen werden. Und eine Technologie, die sozusagen noch sehr stark auf diesen alten Ideen basiert, ist Glovie. Und da sieht es so aus, als ob diese Word-Embeddings-Technologie, so wie sie heutzutage bekannt ist, noch ein bisschen bessere Ergebnisse liefert. Aber die Frage ist natürlich schon auch, also wir sind der Meinung, es gibt keinen Goldstandard für einen Thesaurus. Oder es ist super schwierig, so etwas zu bekommen, weil einfach zum Beispiel Synonyme könnten Teil von mehreren Synonym-Gruppen sein. Fügen sie dann diese beiden Synonym-Gruppen zu einer Gruppe zusammen, oder wie gehen sie mit so etwas um? Und da gibt es eine ganze Reihe von Herausforderungen, die dazu führt, dass wir sagen, es gibt keinen Goldstandard. Das heißt, man muss sich händisch mal anschauen, die Ergebnisse zu einem gegebenen Syn-Set, wenn man dazu Synonyme sucht und sich Vorschläge von der Technologie geben lässt. Und genau das haben wir auch mal gemacht. Wir haben also einzelne Synonym-Gruppen als Training, sage ich mal, hineingegeben in den Algorithmus. Wir bilden da sozusagen einen Durchschnittsvektor, einfach durch Averaging aus den gegebenen Wörtern in diesem Synonym-Set, nehmen hierfür auch jetzt alles, was wir in den gegebenen Thyssaugus haben und schauen uns dann jeweils zu einem Synonym-Set zehn Vorschläge an und haben das dann in Summe hier circa 540 Wörter, die der Algorithmus vorgeschlagen hat zu Synonym-Gruppen händisch evaluiert. Und das Ergebnis ist sozusagen, auch hier sieht es so aus, dass es auf Word-to-Vac so ein bisschen schlechter performt als jetzt Fast-Text. Das muss man allerdings mit Vorsicht genießen, wie wir auch gleich noch sehen werden. Und tatsächlich kommen da so, selbst bei einem schon jetzt sehr großen Thesaurus immer noch circa 20 oder bis hin zu 35 Prozent gute Vorschläge raus, die man sich überlegen kann, ob man die in den Thesaurus mit aufnehmen möchte. Andererseits ist es allerdings schon auch so, dass eben doch sehr viele Begriffe dabei sind, die vielleicht irgendwie damit zu tun haben, semantisch, aber eben doch nicht ganz so richtig zu treffen sind oder auch tatsächlich totaler Quatsch mit dabei ist. Und das führt uns sozusagen zu der Schlussfolgerung, für eine vollständige Automatisierung ist die Technologie einfach noch nicht weit genug. Wir wollen aber uns jetzt noch ein paar Beispiele anschauen, was da rauskommt, um das nochmal so ein bisschen zu relativieren, die Ergebnisse. Also hier haben wir jetzt zwei Beispielergebnislisten. Links, man sieht es glaube ich nicht ganz, weiß nicht warum, aber links sehen Sie auf jeden Fall Word-to-Vac. Ergebnisse für Word-to-Vac, für ein gegebenes Synthet, wo bereits die Synonyme Altenheim, Altenpflegeheim, Altenwohnheim sozusagen bekannt waren oder gegeben waren. Und wie Sie sehen, findet er tatsächlich gute Vorschläge. Seniorenstift, Seniorenwohnstift, Heim, Seniorenwohnheim, das sind alles gute Vorschläge. Und was ein bisschen auffällt, ist, die sind tatsächlich syntaktisch sehr unterschiedlich. Wohingegen, wenn wir jetzt mal die Ergebnisse von Fast Text rechts anschauen, zu einem gegebenen Synthet, wo es um Verwandte, Verwandtschaftsverhältnisse geht, sind auch sehr viele gute Vorschläge dabei. Es fällt allerdings auf, dass die syntaktisch sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, man muss die ganze Sache insofern nochmal relativieren. Word2Vac findet tatsächlich echte Synonyme, die semantisch ähnlich sind, aber syntaktisch nicht ähnlich, wohingegen Fast Text vor allen Dingen syntaktisch ähnliche und natürlich trotzdem semantisch ähnliche Wörter findet. Das kann auch von Vorteil sein, wenn Sie zum Beispiel an Urteile denken, die können Sie ja nicht im Nachhinein nochmal verändern. Das heißt, wenn da ein Rechtschreibfehler drin ist, macht es auch Sinn, den im TSAOS zu berücksichtigen. Aber summa summarum sind diese Ergebnisse, glaube ich, durchaus so gut, dass es sich lohnt, diese Technologie einmal darüber laufen zu lassen, wenn man sich denn die Mühe macht, einen TSAOS zu pflegen. Genau. Dann kommen wir jetzt sozusagen, schließen wir den Teil TSAOS Extension schon wieder ab und kommen noch zu einem weiteren Anwendungsgebiet. Und zwar geht es jetzt hier um das Mietrecht. Das ist etwas, was wir uns zusammen hauptsächlich mit der Haufegruppe angeguckt haben. Das ist auch ein Verlag hier in Deutschland und hatten uns dazu mehrere Mietverträge hier angeguckt, also so Formular-Mietverträge, wo jetzt keine personenbezogenen Daten drin sind, aber da gibt es auch sehr unterschiedliche, die zum Teil auch sehr unterschiedlich sind. Insofern, als dass es unterschiedliche Interessensgemeinschaften gibt, wie zum Beispiel Vermieter und Mieter, die jeweils ihre Lobbys oder Vertretergruppen haben, die üblicherweise zu sehr unterschiedlichen Formular-Mietverträgen führen. Und die Idee ist sozusagen, der Use Case ist, dass ein Anwalt so einen Vertrag prüft und in diesem Fall auch eine spezielle Klausel prüft. Das heißt, diese Verträge sind nochmal unterteilt in einzelne Klauseln, zum Beispiel Schönheitsreparaturen, die wiederum nochmal untergliedert sind meistens und wir hatten uns dann überlegt, ob wir dazu nicht gute Kapitel aus Kommentaren vorschlagen können. Kommentare sind ja sehr speziell für den für die deutschsprachige, für den deutschsprachigen Rechtsraum, wo sozusagen kondensierte Informationen aus Gesetz und Urteilen zusammengefasst ist und die Idee ist sozusagen, dass ein Anwalt sagt, ich interessiere mich für diese Klausel, System kannst du mir dazu nicht aus den Kommentaren irgendwelche hoffentlich relevanten Vorschläge von Kapiteln machen. Und dazu hatten wir uns auch überlegt, eine neue Art der Suche, sozusagen eine neue Suchmethode, wenn man sich überlegt, wie sucht man denn, wie sieht die juristische Suche eigentlich aus, also ganz traditionell, ganz klassisch mit Printmedien haben sie ein Inhaltsverzeichnis oder ein Glossar und schlagen danach nach Begriffen oder hangeln sich eben am Inhaltsverzeichnis entlang, wohingegen spätestens seit Google werden wir sehr stark zur Keyword-Suche trainiert, möchte ich fast sagen, im Sinne von wir wissen eigentlich nach was wir suchen, also gerade der Experte weiß ja Schönheitsreparaturen und ich möchte irgendwie gucken, wie die Überwälzung zum Beispiel funktioniert, also von Vermieterpflicht auf Mieterpflicht, dann kenne ich diese Fachbegriffe und kann mit denen eine Keyword-Suche machen und unsere Suche sieht nochmal ein bisschen anders aus, also sozusagen eine alternative, neue Idee, dass man einfach eine Klausel in einem bestehenden Mietvertrag markiert, das geht mit einer Maus zum Beispiel viel schneller, als wenn ich jetzt noch die Begriffe eintippen müsste, ist aber auch wiederum eine größere Herausforderung für die Maschine und das wollten wir halt untersuchen und ich kann Ihnen das, also wir werden uns nur Keyword-Suche und unsere Selection-Search jetzt anschauen im Folgenden, kann Ihnen das dann nochmal hoffentlich kurz zeigen, ich hoffe, dass das klappt, wir haben hier also einen Mietvertrag, das ist ein Formular-Mietvertrag auch von unserem Industriepartner hier von der Haufe-Gruppe und ich gehe mal zu den Schönheitsreparaturen, benutze also hier selber die Stichwort-Suche innerhalb dieses Dokuments und wir hatten zusammen mit Haufe das eben als Word-Plugin umgesetzt und Sie können hier verschiedene Suchmethoden auswählen, die hatten wir hier anonymisiert für eine wissenschaftliche Evaluation, es gibt auch ganz traditionell noch die Volltext-Suche und die Idee ist jetzt sozusagen, ich markiere mir jetzt hier einen Abschnitt, der mich interessiert, da geht es zum Beispiel darum, wann die Schönheitsreparaturen durchzuführen sind, gerade am Ende eines Vertrages und Sie können sich dann hier die Ergebnisse sozusagen durchscrollen, die kommen eben aus diesen drei Kommentaren aus der Fachdatenbank auch von unserem Industriepartner Haufe und können hier auch nochmal in das gesamte Kapitel hineinschauen und wir wollten jetzt sozusagen wissenschaftlich untersuchen, wie gut das funktioniert. Also Sie haben jetzt sozusagen einen Eindruck bekommen, was wir machen wollen und auch hier wollten wir uns wieder Word Embeddings anschauen, denn Sie können natürlich auch mehrere Wörter, ganze Paragrafen, Dokumente mit Word Embeddings enkodieren, das funktioniert sozusagen auch ein bisschen so, wie Sie es in der Schule gelernt haben, wie funktioniert Vektoraddition, Sie setzen den Fuß eines Vektors eines Vektors an die Spitze eines anderen Vektors und bekommen dadurch einen Gesamtvektor und genau das können Sie jetzt mit Word Embeddings auch wieder machen und die Hoffnung ist sozusagen, dass hier Synonyme implizit berücksichtigt werden und wie gut das funktioniert, dazu hatten wir uns mehrere Methoden angeguckt, als Wissenschaftler müssen wir uns natürlich auch anschauen, wie funktioniert denn das im Vergleich zu bisherigen Methoden, also die bisherige Methode wäre die klassische Term Frequency, Inverse Document Frequency Methode, das sieht so ein bisschen aus wie die ganzen Einser, mit denen Sie sagen, dieses Wort im Vokabular ist dieses eine Wort im Text und so können Sie natürlich das Eingabequery mit TF-AEF repräsentieren als auch alle Kommentarkapitel und dann wieder mit Ähnlichkeitssuche über den Winkelberechnungen im Regelfall die nächstähnlichen Dokumente berechnen und genauso wie Sie das, also wir hatten hier sozusagen nochmal auf Elastic Search aufgesetzt um noch genauer zu sein, die More Like List-Funktionalität in Elastic Search die eben TF-IDF benutzt und zum anderen zwei Wörter Embeddings Verfahren, zum einen wo wir das gesamte Kapitel hergenommen haben, alle Wörter daraus zu den Wörtern die jeweiligen Vektoren und die einfach aufaddiert haben, so komme ich zu einem Vektor, der den Kapitel repräsentiert und wir hatten alternativ dazu auch noch einmal auf Satzebene herunter segmentiert, also Sie trennen sozusagen immer bei Satzzeichen, auch das ist schon eine Herausforderung, aber auch dafür gibt es Technologien, mit denen man was machen kann und haben dann sozusagen einzelne Sätze dadurch codiert, dass wir die Wörter hergenommen haben, die jeweiligen Wörter Embeddings aufaddiert, bekommen also einen Vektor pro Satz und kann auch hier eine Ähnlichkeitssuche machen und kann natürlich von dem Satz wieder zurückschließen, das kommt aus diesem Kapitel und somit auch wieder entsprechend Kapitel vorschlagen und wir hatten dazu auch selber mal händisch ein sogenanntes Evaluationsset oder eine Ground Truth aufgebaut, das heißt, wir haben 37 Klauseln aus den Mietverträgen, aus sechs Mietverträgen identifiziert, die alle mit Schönheitsreparaturen zu haben, die wiederum nochmal in elf einzelne Tags unterteilt waren, wie Art und Güte oder Vertragsende oder Überwälzung und wir hatten auch alle drei Kommentare komplett alle Sachen herausgezogen, alle Kapitel, die mit Schönheitsreparaturen zu tun haben und dann den jeweiligen Tags sozusagen zugeordnet und konnten damit ein schönes Evaluationsset und konnten damit jetzt auch hier wieder Precision Recall Masher sozusagen schon mal einen Eindruck als Baseline bekommen, wie gut die einzelnen Verfahren sich geben, wie gut die Ergebnisse sind und was hier schon ein bisschen auffällt, ist sozusagen, dass die Word Embeddings, wenn man das gesamte Kapitel enkodiert, eher zu etwas schlechteren Ergebnissen führen und das TF-IDF, also Elastic Search, more like this und auch unser Sentence Approach zu deutlich besseren Ergebnissen führen, die aber fast schon vergleichbar gut sind. Unser Sentence Approach war hier nochmal insbesondere in der Precision nochmal etwas besser, aber im Großen und Ganzen ungefähr vergleichbar. Und jetzt wollten wir nur wissen, ob Nutzer, also echte Juristen das auch so sehen und wie sie überhaupt unseren Ansatz mit dem mit der Selection Search, dass man etwas markiert und dass das dann als Eingabe zu einer Suche dient, wie die das so finden und dazu hatten wir eine Nutzerstudie durchgeführt, auch zusammen mit unserem Industriepartner Haufe. Die hatten uns sozusagen Zugriff gegeben auf ihre Kunden beziehungsweise genau genommen haben sie 6600 Anwälte oder Anwaltskanzleien angeschrieben. Davon haben dann leider nur 18 mitgemacht, von denen wir dann wieder ein paar entfernen mussten, weil wir noch Fehler gemacht haben und haben dann aber nochmal private Kontakte gefragt und summa summarum konnten wir 15 vollständige Fragebögen bekommen und wir hatten sie auch allgemeine Fragen gefragt, zum Beispiel hier, wie viel Erfahrung sie jetzt haben, also wie lange sie schon wie viel Arbeitserfahrung sie haben. Das sind also hauptsächlich Senior Lawyers gewesen, die schon über zehn Jahre Berufserfahrung haben. Die meisten davon circa drei Viertel waren zugelassene Anwälte und die Erfahrung im Mietrecht die ist sehr divers. Es gab einige die 40 Prozent die jetzt nicht als Schwerpunkt Gebiet das Mietrecht haben, aber es gab auch 20 Prozent die sozusagen dort ihren Schwerpunkt haben und nochmal 13 die dort sehr viel Beratung machen im Bereich Mietrecht und wir hatten sie auch noch nach ihren Suchverhalten gefragt und sehr interessant ist zum einen dass sie auch so ungefähr die allermeisten bei 20 bis 40 Prozent Arbeitszeit Anteil für Suche herauskommen und das auch für Senior Lawyers und besonders interessant ist, dass der Sucheinstieg hauptsächlich über Bezahldienste online funktioniert, wohingegen das im Verlauf der Suche dann tatsächlich alle Suchmethoden, die wir abgefragt haben, also Druck, Bezahldienste online und freie Online-Dienste zum Einsatz kommen. Dann hatten wir sie sozusagen noch gefragt, wie gut finden sie jetzt denn die Selection Search und wie gut finden sie die Keyword Search in unserem Plugin und da benutzen wir hier dieses in der Wissenschaft durchaus etablierte System Usability Scale, das ist ein Maß, es besteht aus einer Fragenbatterie mit zehn Fragen und also das Ergebnis ist sozusagen für beide Methoden kommt ein SAS-Score von circa 75 raus und nach Bangor der hat sozusagen nochmal Forschung gemacht wie man das zu interpretieren hat so ein Score nach dem ist das sozusagen eine gute Usability und das freut uns durchaus wir hatten dann auch noch gefragt wie sie die unterschiedlichen Technologien also Word Embeddings und TF-IDF bewerten da ist leider das Ergebnis eher dass es dann nicht die wahnsinnig großen Unterschiede gibt es war für die Nutzer sehr schwierig hier Qualitätsunterschiede festzustellen sie schätzen die alle Methoden so einigermaßen gut ein sehr gespalten war die Meinung hingegen zwischen Selection Search und Keyword Search da gab es sozusagen klare Parteien und wir hatten natürlich an mehreren Stellen hatten die Nutzer die Möglichkeit Freitextkommentare zu hinterlassen und die bringen dann sozusagen ein bisschen mehr Licht in diese Ergebnisse und zu Recht sagen ja auch zwei Teilnehmer dass sozusagen die Selection Search manchmal sehr eingeschränkt ist weil man eben nur das auswählen kann wo es auch tatsächlich Text gibt und dass sie sozusagen auch viel mehr Kontrolle haben wenn sie eine Keyword Search vornehmen zwei Teilnehmer meinten dass längere Suchanfragen wenn sie mehr Text selektieren zu besseren Ergebnissen führt und zwei Nutzer meinten das Gegenteil das unterstreicht sozusagen nochmal das Ergebnis dass es sehr sehr schwierig ist eine Einsetzung der Qualität bei der Selection Search zwischen den unterschiedlichen Technologien vorzunehmen was sehr schwierig ist und aber immerhin 14 von 15 Teilnehmern meinten sie würden dieses Plugin gerne in der Zukunft benutzen und sie hatten auch noch mehrere Vorschläge was man sozusagen noch besser machen könnte für so ein Plugin zum Beispiel dass man bei der Keyword Suche also Stichwort Suche Keyword Search dass man da nochmal die Ergebnisse wo ein Wort matcht dass man das nochmal hervorheben sollte farblich oder wie auch immer dass man innerhalb von den Suchergebnissen auch nochmal suchen sollen könnte und dass es auch sehr schön wäre wenn man solche Suchanfragen sozusagen zwischenspeichern könnte oder sich merken könnte nach was ich gesucht habe und was die Ergebnisse waren dann kommen wir jetzt sozusagen auch schon zum Fazit also auf jeden Fall juristische Suche nach unseren Ergebnissen aber auch das koinzidiert sozusagen mit Forschungsergebnissen von anderen Institutionen dass juristische Suche sehr wichtig ist und die technische Unterstützung durch Legal Information Retrieval ist dementsprechend natürlich auch ein sehr relevantes Thema gerade bei immer größer werdenden Textmengen es gibt viele Möglichkeiten die man nutzen könnte um sozusagen Legal Information Retrieval besser zu machen die sehr speziell sind für Legal im Gegensatz zu General Information Retrieval ich hatte die Word Embeddings Technologie versucht vorzustellen und die hat eben sehr schöne Eigenschaften die man speziell auch im Bereich Legal Information Retrieval nutzen kann insbesondere zum Beispiel für die TESAUS Erweiterung es ist allerdings so dass es eben die Technologie gute Vorschläge machen kann aber man kann die Technologie jetzt nicht vollautomatisiert hier so ein TESAUS aufbauen lassen oder erweitern lassen sondern sie kann halt nur Vorschläge machen weil einfach das Signal zu zu noisy ist fährt der deutsche Begriff gerade nicht ein außerdem könnte man unsere Selection Search sozusagen als komplementäre Suchmethode zur Keyword Search benutzen vor allen Dingen für Juristen die jetzt in einem Gebiet noch nicht total firm sind wenn sie sich in einem Rechtsgebiet sehr sehr gut auskennen dann werden sie mit Sicherheit die Stichwort oder Keyword Search bevorzugen und wir hatten nochmal geguckt auch Word Embeddings können sozusagen eine alternative Art der Textrepräsentierung sein im Vergleich zu den traditionellen Verfahren allerdings sind die Ergebnisse viel ähnlicher als das eigentlich ich jedenfalls mal vermutet habe am Anfang und hier versuchen wir auch aktuell noch unter anderem mit sogenannten Explainable AI Methoden nochmal zu schauen woran könnte denn das liegen sind sie sich vielleicht tatsächlich viel ähnlicher als wie man das erwarten würde so auf den ersten Blick oder gibt es andere Gründe genau dann wäre ich jetzt sozusagen fertig und freue mich natürlich auf eventuelle Fragen ja vielen Dank für die Präsentation sehr ausführliche und verständliche Präsentation ich hatte ja von der Thematik nicht eine grosse Ahnung aber nicht verstanden worum es ging Fragen sind noch keine eingetroffen also ich sehe da Open ist nichts wir können ja noch eine Minute warten und ja ich hätte eine kleine Frage diese also die Keyword Suche die jetzt eigentlich am weitesten verbreitet ist also Google Bing sämtliche Suchmaschinen funktionieren ja über diese Keyword Suche die arbeiten ja auch an einer Weiterentwicklung also Voice Search ist ja ein grosses Thema man stellt effektiv eine Frage am Ende mit einer Fragezeichen kriegt dann die Antwort darauf zurück inwiefern unterscheidet sich dass diese Trend der Entwicklung von dem was sie jetzt gemacht haben bei ihnen wird die Suche ja auch eigentlich im Kontext komplexer also die Resultate sollten eher präziser werden bei der Voice Search geht das in eine ähnliche Richtung also Leute schliessen die Fragen ein Fragezeichen ab oder andere die schreiben ja eine Frage die die Engine selber als Frage erkennen muss und im Zusammenhang heraus muss also mit den Latenz Semantik Keywords zum Beispiel will der jetzt die Puma Schuhe oder will der das Puma Tier das geht ja in eine ähnliche Richtung nicht ja richtig also spontan würde man dazu einfallen dass natürlich sozusagen die Suche mit Sprache noch mal eine zusätzliche Herausforderungsdimension hinzufügt schlicht und ergreifend weil natürlich das erstmal übersetzt wird sozusagen in Text also da braucht man natürlich gibt es dafür Technologien ja und bei Alexa etc etc ist das ja auch schon der Fall was allerdings bei Alexa etc auffällt ist natürlich die machen zwar beeindruckende Fortschritte aber es sind trotzdem sehr einfache Suchanfragen die man damit beantwortet kriegen kann unterscheidet sich einfach noch mal signifikant von der Suche besonders in der juristischen Domäne weil in der juristischen Domäne eigentlich die Fragestellung eher dazu tendieren komplexer zu werden weil also da kam eine Hauptaufgabe von Juristen ist ja die Subsumption und da möchte ich ja sozusagen alle möglichen ähnliche Fälle finden aber ähnlich ist hier ein bisschen zu ungenau noch ähnlich im Sinne von es könnten ja schon bestimmte Parameter oder wir Parameter das ist wahrscheinlich der falsche Begriff aber Sachen die wo einfach bestimmte Eigenschaften des Falls einfach da sein können anders sein können und das ist einfach eine viel größere Herausforderung dann das auch noch mal als Suchanfrage zu formulieren sozusagen von daher glaube ich dass Alexa für Juristen durchaus Sinn machen kann allerdings mehr zur Workflow Unterstützung wann habe ich den Termin mit dem Herrn Sohn so und nicht zur Beantwortung von Substantions Aufgaben etc. Ja die ganze Thematik ist ja wirklich spannend also auch mit unserem Low Search Enterprise da sind wir ja auch in einer neuen Version in der Entwicklung wir hatten auch in den letzten Monaten mehrere Brownbacks über Technologien die die juristische Recherche vereinfachen sollen und auf der anderen Seite kriegen wir auch viele Anfragen für Kurse also Franz Kummer ist unterwegs und unterrichtet zum Teil juristische Suche an verschiedenen Orten ja es ist ein grosses Thema und ich denke wir werden da noch viel dazu hören in nächster Zeit und ich hoffe auch von Ihnen wir bleiben da auf jeden Fall dran und Sie stehen ja mit Franz Kummer in Kontakt und ich werde Sie sicher auch auf dem Laufenden halten lade Sie auch herzlich ein zu weiteren Brownbacks wenn da etwas ist was Sie interessiert können Sie gerne auch teilnehmen ja und dann ja vielleicht sehen wir uns am Weblo Forum oder bei einer anderen Gelegenheit von Zuschauern her ist jetzt keine Frage eingetroffen wir können auch später noch auf Fragen eingehen über E-Mail das ist kein Problem der Podcast erscheint etwa in einer Woche wir werden noch zuschneiden und dann auf der Seite publizieren und ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen Herr Landaler für die ausführliche Präsentation und bei Ihnen liebe Zuschauerinnen und Zuschauer für Ihre Anwesenheit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag und auf Wiedersehen vielen Dank Wiedersehen auch von meiner Seite